Was ich immer noch nicht verstehe, die Locusts sind seit Ewigkeiten hier unten, oder? Wer weiß das schon? Dieser Typ in der Grundausbildung meinte, sie seien von Rizea oder einem der Monde und dass sie sich von Emulsion ernähren. Hey, Markus, hast du sie mal Emulsion fressen sehen? Meinetwegen können sie Scheiße fressen. Wie fressen die sie Emulsion? Was höre ich da? Hier unten? Irgendwas zum Erschießen. Ja, was ist das? Das klingt aber nicht nach Locust. Was heißt, sie sind schon ewig hier unten? Ich dachte... Hä? Wie können die denn... Sind wir gar nicht auf der Erde, oder was? Wie auf einem anderen Planeten. Verstanden. Hier, die Schrottflint hat mir nicht so gut gefallen, da kann ich auch die Sniper nehmen. Ich blicke immer noch nicht durch durch die ganze Verkackt-Story. Du hast dich gefragt, wo die herkommen, Carmine? Da. Menschen. Okay, der scheint ein bisschen aufgebracht zu sein. Was sind das für Typen? Ist mir egal, knall sie einfach ab. Scheiße drauf, abknallt. Ich schnapp ja den Typen da oben. Scheiße, ich glaub der war daneben, oder? Bin ich ganz sicher. Kommt der jetzt hier raus, oder was? Dafür ist mir die Munition zu schade. Da schießt er dauernd Granaten auf uns. Da sind hier wieder Zecken. Ist der eine Typ tot? Ich hab gar nicht auf ihn geschossen. Okay, wir gehen raus. What the fuck? Mein Team ist viel zu stark, viel zu mächtig. Was liegt denn hier? Oh, ne Lokustgranate, wie's aussieht. Nehme ich. Oh, ne neue Knarre. Oh, ne ganz neue Knarre. Neuen Slot. Wird ich gleich direkt mal ausprobieren. Hat hier der Typ verloren bestimmt, oder? Die Nebelgranate, naja, giftig ist geil. Jetzt hab ich's nicht gelesen, was Sache war. Hab ich jetzt hier verschiedene Granaten? Hm. Ah, nice. Ich fahr dir mal so eine Salve ab, die Knarre. Oh nein, die armen Viecher. Das sind bestimmt die kleinen, kleinen Eier. Also nicht die Eier, aber keine Ahnung. Das hat bestimmt was mit den Würmern zu tun. Ich seh da vorne keine Bewegung. Trennen wir uns trotzdem, um Überraschungen zu vermeiden. Äh, ja komm, nehmen wir mal den rechten Pfad. Wir haben jetzt das Tor aufbekommen. Einfach mit Tor auf Willenskraft, oder? Und dann haben wir's sogar wieder zugemacht. Also das nenn ich mal ordentlich. Wieso hab ich hier so... Ach so, das sind Frack-Granaten, oder was? Und das sind Giftgras-Granaten. Mhm. Okay. Unterscheiden sich aber kaum. Also zumindest vom Icon her unterscheiden sie sich überhaupt nicht. Oh. Oh nee, ey. Da hab ich noch richtig Bock drauf. Jetzt hier auf so'n Battle der... Na komm. Ich lass' die einfach. Die schießen gar nicht mehr vor uns. Die versuchen's noch nicht mal. Bin ich hier alleine? Ich dachte, K-Mann wär wieder bei uns. Okay. Ich glaub, hier bleibt der Wurm. Nee, okay, der lädt noch weiter. Jetzt vermutet, dass er hier stehen bleibt. Tja, Leute. Jetzt gleich ist gelaufen, wa? Mit eurer... Mit eurem Radius. Oder können die auch nach hinten schießen mit ihren Gewehren? Ich weiß es nicht. Und den Wurm überholen. Oh, die Knarre ist nice. Ich hab' einfach guten Schaden. Ich muss dort recht lange, bis man wieder schießen kann. Nachdem eine selber abgefeuert wurde. So, wo muss ich hin? Hier lang vielleicht? Ah, hier ist ein... Ah, hier ist ein großer leuchtender Hebel. Das ist sehr praktisch. Der sich markiert wurde. Okay, wollen wir unserem Team mal unter die Arme greifen? Okay, da wechsel ich, glaub ich, besser die Waffe. Bei den Sandzecken! Das sind bestimmt noch mehr, oder? Von diesen Maschinengewehrschützen. Oder? Nicht? Oh, der ist aber einer von diesen Priestern. Oder was auch immer das für Viecher sind. Erinnern mich irgendwie an diese Priester. Was? Der hätte ihn wieder auferstehen lassen. Okay, du bist fällig. Nein! Zack, tot. Ach, Mist. Was? Das war ein Treffer. Bei den Sandzecken! Das auch. Ich hab das Blutspritzen sehen. Sterben die gar nicht mit einem Schuss? Muss man in den Kopf schießen? Oh, ein... Er hat nur einer das Gesicht entfernt. Oh, er hat nur eine Granate geworfen, die Sau. Das war eigentlich weit genug. Guck mal. Ohne Gesicht. Gibt's nicht mehr viel zu gucken? Nimm das! Oh, hier ist noch einer. Ich hab mich ja gar nicht gesehen. So. Ich hab immer noch so ein bisschen bedenken, was es mit diesem großen Wurm auf sich hat, den wir da gesehen haben. Oh, oh. Was ist das für ein Ding? Das ist wieder dieser Predator. Und der hat dann auch noch ein fettes Mount. Und der hat einen fetten Wurm als Haustier, so wie es aussieht. Weißen wir diesen Wurm? Die ganzen Tunnelsysteme, die wir graben? Scheiße! 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 Stadale, könnt ihr mich hören? Seht ihr das? Roger Delta, wir haben gerade die Bestätigung von oben erhalten, dass Elima City... Verdammt! Die ganze Stadt ist versunken. Direkt an eurer Position... Anja! Es ist ein riesiger Wurm! Sie versenkten Städte mit einem scheiß Riesenwurm. Das wäre meine nächste Frage. Wo scheißt der Wurm diesen ganzen Stein aus, den er frisst den ganzen Tag? Das muss Unmengen sein an Scheiße, die der produziert. Das ist furchtbar. Oh Gott. Wenn sie alle tollen Montevado und jetzt die Lima versenkt haben, die alle rund um Jacinto liegen. Scheiße, sie graben Löcher um die Stadt, um Jacinto zu versenken. Das ist mal ein guter Plan, würde ich sagen. Du bist ziemlich ruhig dafür, dass du gerade voll am Abfall nicht mehr bist. Zentrale Kader 5 in der Lima-Grube runtergegangen. Wir sind auf dem Weg. Ende. Roger, Delta. Lima wurde evakuiert, aber achtet für alle Fälle auf Gestrandete. Roger, Delta, Ende. Sehen wir uns das mal an, Delta. Rechts! Stürzt noch ein Gebäude ein! Ich fand ihn ziemlich gefasst. Ich stürze ab. Danke. Ich hoffe, dass er gerade ins Verderben stürzt. Denn den Tod war er echt emotionslos. Oh nein! Ich renne dich! Bloodmauts! Kommt ihnen nicht zu nahe! Bloodmauts? Wieso soll ich dir nicht zu nahe kommen? Ich mach den fertig, Junge. Bloodmauts! Ach, du bist in den Schrein, Alter. Sorry, Junge, ich hätte dich fast abgeknallt. Pass auf, dass du keine Zivilisten triffst! Ja, ich versuch's. Sagt er und schoss selber auf den Zivilisten. Ich bin auf deiner Seite! Ich bin auf deiner Seite! Erstmal schön zersägt, der gute Dom. Mist, verfluchte Waren! Alter, der stirbt auch nicht auf seinem Scheiß-Maus. Oh, Hilfe! Das Ding kämpft ja weiter. Obwohl der Typ oben drauf tot ist, wie geil das aussieht. Hallo, kann ich mir die mal helfen? Okay. Hört gar nicht so viel aus, wie ich dachte. Ich hoffe, dass wir ein bisschen Nerven entnehmen. So, jetzt kann ich mir ein bisschen wieder snipen. Komm schon, zeig dich. Ich weiß, dass du da bist. Nein, hä? Das war doch ein Hit, oder? Schon wieder so ein Blattbaum-Typ. Oh, nee. Der bewegt sich so krüppelmäßig. Treffer. Schön. Oh, Gott. Das war ein schlechter Schuss. Vorsicht! Oh, nein. Bisschen zu früh. Mist. Ich hab da hinten noch ein Munitionskistchen gesehen. So, äh. Gute Nacht. Und, Kopf weg. Wut. 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 So, Munition, sehr gut. Kann ich sehr gut gebrauchen. Warte mal. Lebt der noch? Nein. Ich brauchte gerade einen kurzen Moment, der wird ja noch leben. Keiner. Wut. Wut. Okay, ich brauch irgendwas größeres. Oder? Ich weiß nicht, fix den so kaputt. Scheinbar ja, okay. Komm mal. Aufstehen. Wiederbelebung. Also tot war der nicht. Munition. Oh, da ist einer. Wow. Ich hab jetzt leider nicht mitbekommen, welches Judd das genau ist, wo wir uns hier befinden. Wer macht denn hier so so Geräusche? Ich sehe gar keinen. Hier, KR 5-4. Raven am Boden. Ich habe Charlie 9. Locust nähern sich unserer Position. Wir brauchen Unterstützung. Verstanden, 4-5. Delta ist auf dem Weg. Bewegt euch, Delta. Dem Pilot bleibt nicht viel Zeit. Hey, Delta, hier, Cole. Überall Locust hinterhalte. Der Weg von dem Hubschraub. Der Cole-Train. Cole, hörst du mich? Cole! Wenn wir ein Hörnisch in der Nähe. Ja, hoffentlich. Da ist das Rauchsignal, Delta. Ab in diese Richtung und bereit halten. Nicht nur wir folgen diesem Weg. Rauchsignal. Ich sehe die Menge Rauch, aber kein Rauchsignal. Da hinten ist so eine Rauchsäule. Ein bisschen größere. Vorsicht, Korpser! Äh, ja... Nicht. Irgendwann ist eine Runde? Oh, nice. Oh, ja. Ach, schön, den Kopf weg. Oh, nein. Dumm. Einfach dumm. Zeile, du bist so dumm. Ich würde halt mega viele schon wegholen können. Oh, oh. Oh, du Sackzack. Kleiner, dreckiger Sackzack. Bam. Sterb, Erbschleiter. Oh, nein. Sterb schon. Erwicht. Der Nächste. Bam. In den Kopf. Jetzt glaube ich nur auf der Reaver, oder? Dem kommen meine Kollegen gerade gar nicht klar. Der Typ oben drauf ist tot. Sehr schön. Platzt noch mal richtig schön zum Abschied. So, und ich hole dich auch noch. Oh, nein. Ist er tot? Ich glaube, ja, oder? Der Raven ist auf der anderen Seite des Gebäudes. Weiter! Auf geht's, Leute. Also, mit Munition muss man echt nicht geizen. Zumindest auf dem Schwierigkeitsgrad. Wir spielen auf normal, übrigens. Es gibt ja noch einen Hardcore-Modus. Und wenn man den Hardcore-Modus wahrscheinlich durchgespielt hat, gibt es noch mal einen noch krasseren Modus. Den kann man aber standardmäßig nicht freispielen. Also, den muss man freischalten. Kann man am Anfang nicht direkt auswählen. Okay, KR 5 hat's doch nicht geschafft. Der Pilot, der eben noch so ruhig klang, ist zuversichtlich. Ja, hier haben wir wirklich keine gute Position. Den muss ich von oben angreifen können. Und der schwingt schon seine Frack-Grenade. Der trifft mich sogar aus der Deckung. Der liegt noch, oder? Gebt Ihnen saures, Delta. Zentrale, hier Delta. Wir brauchen dringend Verstärkung. Ja, vor allen Dingen brauche ich mal dringend eine andere Position. Ich komme hier aber nicht weg. Oh Gott, ich bin fast down. Ich bin down. Danke. Alter. Was geht hier ab? Ich muss hier auf jeden Fall weg. Wo ist mein Team? Wo ist mein fucking Team? Danke. Danke. Boah, ey, hier geht ja richtig die Luft hier ab. Bestes Kohl. Der Kohl-Train. Aus dem Alpha-Squad. Kennen wir noch aus Teil 1. Ich spiel das Spiel wie niemand sonst. Niemand. Cool. Haha. Der einzig wahre Baby. Was für ein Auftritt. Ganz dezent. Habt ihr gesagt, du sollst von dem Hubschrauber wegbleiben? Hast wohl ziemlich in der Scheiße gesteckt, Mann. Allerdings. Danke für die Hilfe, Kohl. Wo ist der Rest deines Trupps? Das ist mein Trupp. Außer Bert und Tanner. Wir wurden nach dem Absprung getrennt. Ihre letzte Meldung kam von hier irgendwo. Hört sich nach einem neuen Ziel an. Zentrale, hier Delta. Vergess das, Mayday. Kohl ist bei uns. Bert und Sigma vermisst im Einsatz. Wir helfen bei der Suche. Bei uns? So hört sich das an, wenn ich deinen Arsch rette? Verstanden, Delta. zusätzliche Trupps zur Sicherung von Ilima sind unterwegs. Roger Zentrale. Wir melden uns. Delta Ende. Der gute Bert. Bei uns? Der war gut. Gut, dass ihr euren besten Mann zurück habt, Delta. Willkommen zurück, Coltrane. Der Coltrane. Ich bin mal gespannt, ob wir Bert noch finden. Bis jetzt ist noch keiner gestorben. Jetzt hier im... Also kein... Keiner unseres Teams. Im zweiten Teil. Im ersten Teil sind hier gerade speziell im ersten Drittel des Spiels wie die Fliegen verreckt. Da hat sich unser Trupp quasi permanent... Ihre letzte Nachricht kam von da oben. Aus Richtung Tunnel. Da sehen wir mal nachher. Der Druck durchrotiert. Ah, super. Das hat sich auch nicht aufgesehen, abgesehen, die Sau. Interessant ist, dass die immer nochmal explodieren, nachdem sie draufgehen. Was? Wie steht der eine wieder auf? Ach, der eine Typ da hinten, wie lebt die, oder was? Der ist nämlich schon wieder so ein komischer Priester. Und schon wieder steht mein Team komplett im Weg rum. Oh, ich sehe halt so wie nichts. Oh, der lebt noch, oder? Ne. Der ist definitiv tot. Boah, ich habe 500 Schuss für die Knarre hier. Nice. Ein bisschen mehr benutzen. Die war nämlich gar nicht so schlecht. Oh, ich sehe gerade, dass... Boah, die Zeit vergeht immer so schnell bei Gears davor. Das ist richtig krass. Liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Wir haben immer noch nicht rausgefunden, was jetzt bei diesem Riesenwurm... Wie wir den aufhalten können. Aber wir wissen jetzt, was sie damit vorhaben. Sie benutzen, sie können diesen Wurm steuern und bringen damit Städte zum Absturz. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Hier bei Gears of War 2. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent. Headshot. Out.